Das Cadillac Big Meat ist das Treffen für alle Cadillacs, alle Baujahre ohne Zugehörigkeit zu irgendeinem Club oder Verein. Wir freuen uns über alle Freunde von Cadillac mit oder ohne Cadillac, die nach Grems Münster kommen. Es ist eine kleine Gruppe von Cadillac-Freunden. Wir machen das aus reinem Spaß, aus Vergnügen an der Sache. Jeder ist willkommen, alle Cadillacs, alle Baujahre. Wir freuen uns über jeden, der uns besuchen kommt. Es ist ein Treffen in wunderschönem Ambiente. Grems Münster ist ein herrlicher Platz, ist gut erreichbar. Das Cadillac-Treffen ist ein unkompliziertes Zusammenkommen vieler Cadillac-Freunde aus unterschiedlichen Nationen und es ist jedes Mal ein großer Spaß und ich glaube alle, die schon einmal da waren, wissen das zu schätzen. Oh, es ist sehr, sehr spannend und interessant, wenn wir eine Cadillac-Familie zusammen mit den Fahrzeugen sehen. Ein wunderbares Event. Die Tour war gestern gestern. Ich gehe durch das Show und nehme Fotos von all den Fahrzeugen, die ich gesehen habe. Am Samstag, dem Tag vor dem Treffen, gibt es eine organisierte Ausfahrt. Hier ist Voranmeldung nötig, damit wir das richtig auch organisieren können. Wir suchen uns schöne Strecken auf Nebenstraßen quer durch Oberösterreich dafür aus. Es ist eine stressfreie Ausfahrt. Es ist keine Oldtimer-Rallye mit 200 oder 300 Kilometern. Wir sind normalerweise so 100 bis 120 Kilometer unterwegs. Es ist genug Zeit zum Stehenbleiben, zum Sprechen über die Autos, zum Pause machen, natürlich ein gutes Mittagessen und ein Nachmittagsprogramm ist inkludiert. Gemütliches Zusammensein mit unseren Autos. Für alle jene, die sich fragen, wie ist das Cadillac Pygmit entstanden, hier ist es entstanden. Das legendärste, beste und bis heute unerreichte Cadillac Treffen von Zurtsach 1992 bis 2002. Wir waren die letzten vier, fünf Mal immer da. Und dann bis hier zu Ende war, haben wir beschlossen, wenn da nichts mehr passiert, dann müssen wir was machen. Musik Bis zum nächsten Mal. Ich denke, ich darf so im Namen aller Teilnehmer ein nettes Dankeschön sagen für dieses doch erstmalige und wie ich finde sehr gelungenes Treffen. Ich bin doch angenehm überrascht, wie viele Autos sich doch zusammengefunden haben, denn das erste Mal ist ja immer ein Anfang, aus dem wir doch denke ich alle hoffen, dass da noch viel, viel mehr draus wird. Und die Dauer also auch in den Bereich der mehreren Jahrzehnte geht. Auf jeden Fall finde ich es ganz toll. Auch gestern die Ausfahrt war wunderschön und hier oben in Österreich ist es herrlich. Und ich hoffe, wir sehen uns alle wieder in einem Jahr. Danke nochmal an das Team hier. Wir sehen uns am Sonntag, dem 23. August 2020. Wir sehen uns am Sonntag, dem 23. August 2020.